wunderschönen guten tag zur minecraft partybus show ich will Salata Vista und Bratwurst und Kind ohne Name ist auch dabei und die porte ich jetzt mal eben. Du Hurenschafe. Hallo? So. Eigentlich bist du in einem Haus. Ja, bin ich. Ja, jetzt hier kannst du mal alles erkunden, was hier so ist. Oh, das ist eine Leiter. Ja, kannst du abbauen, wenn du möchtest. Kannst du mitnehmen und in dein Haus einbauen. Ach, hier geht es. Oh. Nein. Wie komm ich denn wieder runter? Ha, wo bist du denn runtergefallen, Digga? Hier ist ja gar nichts, Alter. Hier ist ja echt überhaupt nichts, ne? Wie mache ich denn Fenster? Wat? Ja, da brauchen wir Sand für. Und den Tisch? Wo ist die epic Spalte denn nochmal? Da bin ich nämlich gerade runtergefallen. Boah, hier geht da gar nichts in dem Dorf, ey. Und der Tisch? Und der Tisch! Wat, wat? Wat für'n Tisch? Das sind einfach nur vier Holzblöcke. Wat? Vier Holzblöcke einfach nur. Nehm, wo war denn die Spalte? Können wir ein anderes Wort nehmen, einfach Spalte. Ja, das ist nun mal eine Spalte. Hast du ein Problem damit, mit Spalte? Ja. Gebt mir mal hier euer bekacktes Weizen, ihr Spastis, ey. Ah, hier ist sie doch. Ja, hau ab, Schwein, ey. Ja, ich hab ne Krübe, ne? Äh. So, ich nehm jetzt hier erstmal alles mit. Was ist das hier für Monster? Wo war das denn? Hier sind kleine. Schwein, ich mach'n Schwein. Ich nehm' mir Möhren mit, die kann ich gleich anpflanzen. Wo bin ich denn jetzt runtergefallen? Oh, pass auf, da tu die hier nicht runterfällst, Kind, ne? Ich? Ja, hier geht's mächtig runter. Ja, wo war das denn nochmal? War das hier auf der Seite, oder war das auf der anderen Seite? Da sind, auch mitten durch Dorf läuft so'n Ding. Da sind mehrere, da ist ja das Problem. Da ist das Portal. Ich will an die, wo du gerade warst. Da muss ich hin. Ja, was du halt immer willst, ey, da kann ich dir nicht bei... Ich hab schon wieder nicht Play gedrückt, ey, fick dich doch. Mann! Ehrlich, ey, das muss ich mir mal angewöhnen. Aber ich glaub', jetzt ging das noch, oder? Ging das noch? Ja. Ging noch. Ob die Kartoffeln hier fertig sind oder nicht, interessiert mich ein Scheiß. Ich nehm halt jetzt alles mit hier. Kacke, wo war das denn jetzt nochmal? Was war das hier? Mal eben gucken, ich hab' zwei Stacks Rohholz, das ist erstmal nicht übel. Daraus, aber, damit kann ich jetzt erstmal arbeiten. So, und dann machen wir halt jetzt nämlich so. T Ich dachte mir jetzt einfach mal fallen, oder? TP Salata Mister Zu Äh, was ist das jetzt so? Minus 44 71 197 Ach ja, Leute. Nein! Ey, hallo, ich kann meine Kiste nicht aufmachen. Jetzt kann ich meine Scheiß-Kiste nicht aufmachen. Die Welt muss erst generieren. Oder wie, Luca sagt, regenerieren. Äh? Ah, jetzt geht die Kiste auf. Aha. So, dann packen wir erstmal alles hier rein. Das ist nicht übel. Ähm. Sag doch nicht, ich hab' jetzt alles verloren. Oh, hier liegt noch was. Vielleicht sollte ich mir lieber eine Ender-Chest machen. Ähm. Ähm. Nein, ich hab' alles verloren. Ähm. Wie weit sind wir eigentlich mit Schafen? Wie viel hast du? Ja, wenn ich mal hier rauskommen würde... Bin grad' ein bisschen angepisst. Ja, der erste Anfang ist meistens sehr schwer. Oh, es wird, glaub ich, dunkel. Ähm. Ähm. Wie mach' ich das denn jetzt hier am besten? Oh, du... Penis. Nee, Wichser. Ich such' mal... Oh, scheiße, ich hab' noch kein Haus oder so. Ja, weißt du? Ich hab' ja. Der Tag ist viel zu kurz. Ich hab' Blackberries. Ich hab' hier mal ins Leben als Handy. Hahaha. Ähm. So hab' ich dann nicht gemein. Können wir hier einfach irgendwo reingehen? Klar, du kannst dich auch irgendwie provisorisch erstmal irgendwie, äh, verschanzen. So, wie möcht' ich mein Haus denn bauen? Das muss ich vorher mal wissen. Tadaa! Und ich hab' schon ne kleine Nutte. Wat hast du? Ein kleines Häuschen. Achso, ich hab' verstanden, ne kleine Nutte. Ne kleine Hütte. Ja, Entschuldigung. Ich hab'n Nutte verstanden. Ne, ich will halt, glaub ich, anders bauen. Ich brauch' gar nicht so viel. Ich brauch', ähm... Yo, ich hab'n Zaun. China, wisst ihr, was ich jetzt mach'? Ich hab' die Fresse kriegen. Der ist echt ein bisschen angepisst, ey. Er legt mich am Arsch. Ey, wieso hat der denn... Achso. Weil das nicht so läuft, wie der das gerne hätte. Ja, mein Gott. Wo war das denn jetzt hier? Boah, ich hab' alles wieder. Na, siehste. Boah, so ein gekochtes Schwein bringt ja echt viel Essen, ne? Ja. Drei. Dreieinhalb, oder? Oder wie war das? Ach, weiß ich gar nicht. Wo grab' ich mich denn jetzt hier mal eben runter? Ich grab' mich einfach mal hier runter. Ne, das ist ne blöde Idee. Komm' mal nur zurück. Ich grab' mich in die Richtung runter. Erstmal einfach auf Teufel komm' raus, runter. Ich hab' drei Wolle. Alter, regnet das? Ja. Hm. Hm. Hm, sagt sie. Ich hab' meine drei Wolle. Ja, jetzt hat sie noch gar keine. Wenn die auch jetzt Wolle kriegt, oder beziehungsweise wenn du welche für sich findest, dann können wir sogar pennen gehen. Dann haben wir nix mehr... Dann haben wir nix mehr Problem. Ja, wo hast'n du die Schafe her? Ich bin da vorne in die Spalte gefallen. Da musst du dich jetzt hinstellen an Wasser und rufen... Ne, an so'n Weide und rufen... Mäh, ihr Schafe! Mäh, ihr Schafe! Wie ging das nochmal weiter? Na, 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 na. Ich hab' auch dieses Blackberry. Was is'n das? Ich glaub' das kann man essen. Ich glaub' das ist ne Beere. Äh, also ne... Probier mal. Ja. Und wie schmeckt's? Schmeckt dat? Sag mal, schmeckt dat? Ja, dat kann man echt essen. Das reicht. Oh, ich glaub' den Stein hier, den mach' ich dafür. Leute, tut mir leid, dat jetzt am Anfang alles noch so'n bisschen chaotisch ist und seltsam aussieht und so. Aber ich möchte mir dann auch direkt jetzt ein Haus bauen, weil womit ich dann einigermaßen zufrieden bin erstmal. Wobei ich glaube, wir werden ja sowieso noch 20 Mal umziehen. Ja. Wenn wir dann sich Burgen durchgewälzt haben und alles getötet haben. Was ist denn so'n kleines Bäumchen? Eichensetzling? Kannst du hinpflanzen, dann wächst da ein Baum. Oh. Und Krawotten? Können ja nicht, ja, die kannst du auffressen. Und was kann ich mit den Eisenbarren machen? Ja, Werkzeug zum Beispiel oder Rüstung bauen. Werkzeug. Ja, also jetzt zum Beispiel eine Steinhacke oder ein Eisengeschwert oder so. Ich brauch' den. Oh, möcht' ich... Ah, Lukas, soll ich dich mal im Ärgern? Warum? Ich hab' mich jetzt gerade mal hier unter mein Haus gegraben, ne? So, aber nicht tief. Ich hab' jetzt nur... ...vielleicht fünf Blöcke oder so, ne? Ja. Weißt du, was ich gefunden hab'? Hä? Weißt du, was ich gefunden hab'? Dias. Und Eisen, beides. Ich hab' elf Eisen und elf Dias. Wieso hast du so viel Dias? Ich bin in die Spalte gefallen von den Idioten. Ach so, ja stimmt, ja gut. Das ist ja wohl ein Scherz. Was? Mein Ofen ist kaputt. Was? Mein Ofen... Ja, aber wieso ist der kaputt? Wieso soll der denn kaputt gehen? Der ist kaputt. Hast du den auch mit der Spitzhacke kaputtgehauen oder hast du den mit der Hand kaputtgehauen? Ne, mit so'n anderen Teil. Spitzhacke? Ne. Ja, dann... Ja, dann ist der auch... Dann ist der Futsch. Den musst du... Stein, musst du... Alles, was aus Stein ist, musst du mit der Spitzhacke kaputtgehauen. Ja, ich... Ich, äh... Ja, ich, äh... Ihren nix gewusst. Boah, Holz, weil ich hab' keine Achse mehr, irgendwie. Holz hab' ich wohl. Ich nicht mehr. Doch, ich hab' noch acht Stacks. Ohne Scheiß. Holz. Ja, ich war doch... Als ich Schafe gesucht hab, hab' ich einfach alle, alle... Äh, Bäume gekillt, die ich so unterwegs gefunden hab. Alter. Ja, da kommt schon was zusammen. Ich hab' Hühnchen. Oh, ne, zwei Eier. Ich brauch' noch Kohle jetzt für den Ofen, ey. Jetzt werd' ich wieder abgeschossen. Ich hab' ein bisschen Kohle, hab' ich auch wieder gefunden. Oder hast du einfach Hunger, statt? Was? Hast du Hunger oder wirst du abgeschossen? Ich werd' abgeschossen. Ich hab' keine Hunger. Zombie! Weil alle auf einmal, ne? Ist ja ein bisschen unfair. Ja, da nehmen jetzt Monster nicht so wirklich Rücksicht drauf, wenn ich ehrlich bin. Das ist denen wahrscheinlich ziemlich egal. Hey. Seht ihr das? Das leckt hier noch so'n bisschen mit den Steinen rum. Die Steine lecken. Lecken. Boah, wie viel Steine brauch' ich denn da hochzukommen, ey? Das ist dann ein Leckstein. Verstehste? Ein Leckstein. Ein Leckstein. Ein Leckstein. Ein Leckstein. Ja, das ist schon mal gar nicht so scheiße. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. So, ich geh' jetzt ins Dörfchen. Ist das eigentlich immer noch Nacht? Ja. Guck mal, vielleicht im Dorf, dass da irgendwo ne Truhe ist, in den Häusern vielleicht von wegen Wolle. Ne, ich bräuchte einfach nur drei, sechs, neun Spinnen. Ja, oder so, dann, ja, oder so. Dann geh' mal Spinnenmetzeln. Ich geh' Schatz erstmal so, komm, ey. Schafe! Äh, Schweine! Wir können uns ja ein Schweinebett bauen. Geil. Ich weiß, meine Maus ist zu schnell. Ja, meine ist eigentlich ganz gut eingestellt so. Aber ich glaub', ich hab' jetzt echt genug Steine. Die muss ich auch noch erstmal backen. Backstein, Backstein. Jeder muss versteckt sein. Naja, eigentlich hieß das Eckstein, aber es ist nicht so schlimm. Äh, ja, ich möchte... Ich möchte nämlich Brickstone haben. Äh, irgendwas klopft hier bei mir. Zombie. Boah, ist echt am Regnen. Kommen die dann hier durch? Eigentlich mag ich Regen, ja, ne? Hallo, kommen die hier durch? Ich guck grad, wo du bist. Aber warte, ich hab' ein Hühnchen. Die kommen da nicht durch. Wir schwirr'n nicht auf hart. Wenn wir nicht auf hart socken, dann kommen die da auch nicht durch. Halt sich so an. Okay, dann kann ich gleich anfangen mit meinen Häuschen bauen, obwohl das Holz... Ich muss erstmal auch mich verstecken hier, ey. Boah, können die mal aufhören zu klopfen, die Idioten. Was? Ja, immerhin klopfen wenigstens. Die kommen hier einfach rein. Du hast ja nicht herein gesagt, deswegen klopfen die die ganze Zeit. Macht doch Sinn, oder? Also, ich hab' jetzt hier mein eigenes Haus erstmal in Beschlag genommen. Du hast dein eigenes Haus in Beschlag genommen? Ja, hier im Dorf. Hab' ich mir erstmal ein eigenes Haus genommen. Ne, ich bin jetzt immer noch hier dran, in meinem Drecksbunker. Ja, Redstone, ey. Was will ich denn mit Redstone eben fotzen? Oh, Eisen. Ich hab' auch schon ein Bett. Ich nicht. Ich hab' auch ein Bett. Echt jetzt? Ja, ich hatte als erster ein Bett. Wieso hab' ich noch keins? Ja, weil du keine Schafe gefunden hast. Ja. Und du sollst das mal ganz schnell nachholen, weil dann können wir nämlich nachts immer pennen gehen. Ja, ich komm hier. Dann können wir die ganze Zeit schön durchgehend hier... Ich suche ja den ganzen Tag, und wenn ich dann mal ein bisschen mehr gefunden hab', ist mir schon wieder dunkel. Wir sehen mal auf, wenn du klappst. Ich mach' den jetzt kaputt. Ich mein', ich könnte halt ja eben cheaten, so ist das nicht, aber dann mach' ich nicht. Wart. Äh, Wolle. Cheaten tun wir nicht. Auch wenn das verdammt nervig ist gerade, wenn man hier äh... Oh, ich hör' eine Spinne, das heißt hier unten ist irgendwo eine Höhle. Jo, siehste, ich wusste doch, ey. Krass, Alter. Ich hab... Das ist ja mal voll epic, was ich hier hab', ne? Zack. Alles. Dias unter meinem Haus, ne Höhle unter meinem Haus, alles da, ey. Aber da geh' ich jetzt nicht runter, da hab' ich keinen Bock drauf. Setzen wir jetzt einfach mal eben... So. Jetzt müsste doch langsam hell werden, oder nicht? Hat aufgehört zu regnen, oder was? Nee. Nee. Naja, aber wird wenigstens hell? Ja. Echt? Ja. Echt. Alle echt? Weißt du, der ist... Weißt du, ich guck rüber und der ist am Bauen und sieht gar nix drauf. Aber man hört es doch wohl. Ob es hell ist? Nein, aber ich hab' da gerade, hier. Ja, aber lauf! Da, da! Hey, guck doch mal raus! Hier, guck mal aus meinem Fenster! Ja. Bei mir sind auch dunkel. Wie war das nochmal? Nice! Very, very nice! Ich geh' jetzt hier raus, dann nervt mich, was ich klopfen. Soll er doch weiter klopfen. Wie groß soll ich mein Haus jetzt hier machen? Boah! Schatz, da ist irgendwas hochgegangen bei dir. Oh, scheiße. Drei, vier, fünf... Fünf... Ähm, mach ich ne Doppeltür, ja, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf... Weißt du, warte, ich bleib' hier einfach im Dorf wohnen, ist mir doch scheißiger. Dann hab' ich alles, was ich brauch' hier. Sechs. Dann stört doch niemanden. Boah, da ist ne schöne Hütte. Da geh' ich mal rein. Die wird schön so. Sechs. Ja, sechs ist doch in Ordnung, ne? Sechs breit. Eins, zwei, drei. Ich bleib' hier erst beim Dorf wohnen. Ich bleib' hier erst beim Dorf wohnen. Wohl. Wir machen jetzt hier nen Cut. Warum ist mein Ofen? Ach nee, der war ja kaputt. Willst du einen haben, Schatz? Ich hab' eigentlich nen Fisch. Ey, jetzt mal ohne Scheiß, bevor ihr da irgendwas macht, wir brauchen echt Schafe. Ja. Noch drei bekackte Schafe. Ja. Ich geh' jetzt raus. Wie raus? Ja. Schafe. Ja Leute, dann sag' ich mal, bis zum nächsten Mal. Tschö. 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 Schossen. Tschö. Tschö. Komm! Untertitelung des ZDF, 2020